Hallo liebe Abonnenten! Jetzt sind wir ja wieder im Ami, ja vielleicht wird's ja jetzt gruseliger, also es ist gerade 11.36 Uhr, heute Morgen ging schon in Bremen die Welt unter, ja das ging echt flott. Und wir wollen jetzt die anderen Räume erstmal durchgucken, man weiß ja nie was hier so sein kann. Ah, natürlich, wieder abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass Hauli mir eine Custom-Story schickt, die nicht gruselig sein soll. Und ich wette, hier passiert noch irgendwas ganz schreckliches, während ich hier spiele. Oh Gott. Hey. Hallo. Da ist ja überhaupt voll leer hier. Warum ist das jetzt hier so? Hallo. Ah, ein leerer Schrank. Was ist hier so? Ich glaube, ich brauche langsam mal diese Lampe. Ah, ich habe eine Lampe. Oh, falsch, ich habe Steam geöffnet. Nein, er läuft meiner automatisch. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Ich habe noch volle Lampenöl. Wie kann ich Lampe machen? Ah, mit F. Eine coole Uhr haben wir hier. Oh Gott, was muss ich denn machen? Was haben wir denn hier? Metallteile. Schön, ja, Böckchen. Ich glaube, hier bin ich irgendwie falsch. Wir gehen am besten mal weiter in den nächsten Raum. Oh Gott. Hallo. Hallo. Ah, hier ist ja gar nichts. Mensch. Was haben wir denn hier so? Eine Buddel rum. Ja. Schon kaputt. Ah, Zundibüchsi. Ja, und wie kommt mir das alles spanisch vor hier? Da sind hier viel zu wenig Schreckmomente. Ja, stopp. Gleich geht der SL Action richtig los. Gleich fliegen mir hier Stühle um die Ohren. Wie beim Exorzisten. Wie beim Masohisten. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe jetzt die Kamera ein bisschen anders hingestellt. Klavier. Wir gehen einfach mal hoch. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Oh, oh. Oh nein. Ein dunkler Raum. Hallo. Ich habe hier ein paar Kinder gehört. Die haben ganz los. Musik gehört. Diese verdammten Kinder. Raus aus meinem Haus hier. Ich weiß, ihr seid hier irgendwo. Ich werde euch finden. Euch die Getärme abnehmen. Oh Gott. Ich weiß, dass da... Irgendwo hier sind diese ganzen Rockerkits hier. Ich weiß es. Hier. Beweisstück A. Der Besen. Den habe ich hier nicht hingepackt. So. Wenn ich die Kinder erwische. Ich verprügele die mit meinem Besen. Was ist denn da? Ach, nur ein Kerzenständer. Kann ich den anmachen? Nein. Warum auch? Oh. Aladins Wunderlampe. Ich habe sie wieder gefunden. Wir müssen sie nur... Oh. Kräftig hier dran reiben. Was hat der denn da für ein kleines Teil? Fast der so wie... Mein. Ähm. Überraschung. Ey, da hängt wer. Das waren sicher wieder diese Rocker. Die haben wieder irgendwas zerstört. Und... Landadadadam... Badabada. Ah, hier sind noch Zunderbüchsen. Wie sieht es mit meinem Öl aus? Geht noch. Muss ich jetzt wieder zurück? Aha. Da ist ja der Kopf. Cool. Ich weiß... Machen wir mal hier Licht. Oh, ne. Ich mache mein Licht an. Ob ich wohl wieder zurück muss? Ich glaube schon. Ich glaube diese Explosion hat irgendwas rausgelöst. What the fuck, dammit! Ganz ruhig, Alex. Alles wird gut. Boah. Verbessert deinen geistigen Zustand. Würde ich mal nehmen, ne. Wie geht's körperlich? Alles ist gut. Das ist immer schön zu hören, wenn einem es gut geht. Oh, hier unten sind noch Zunderbüchsen. So, ihr Rocker. Euch kriege ich. Ihr Teenager! Tja, die haben mir einen Streich gespielt. Ich weiß es. Die machen ja auch was mit mir. Die schubsen mich durch die Gegend. Jesus Christ! Oh Gott, das ist alles dunkel. Ich nehme mal das Kreuz mit. Geheiligt werde der Vater! Oh, nein. Ich will erst den Brief haben. Ich werde euch reinigen. Mein Name ist Thorsten. Ich verstehe die Info nicht. Geheiligt und geheiligt. So, ihr seid gereinigt. Wir können weiter. Hey, da sitzt wer. Hallo. Gereinigt. Reinigt. Heiligt. Heiligt, sagte ich. Ja, komm, behalte. Schenke ich dir. Steh auf! Verprügelt. So, jetzt sollte er tot sein. Oh, die Uhr ist umgefallen. Das ist mir als erstes aufgefallen. Naja, wir wollen den nackten Mann da nicht länger stören. Geht schon schlecht genug. Ich meine, er sitzt da nackt rum. Hallo? Hallo? Was ist denn da hinten? Oh, noch zwei Retter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da ist Thorsten! Er hat mich gefunden! Ich brauche mal ein Kreuz. Ich brauche mal ein Kreuz. Ich werde das Monster reinigen. Hallo? Carsten, bist du da? Oh. Gereinigt! Dammit. Thorsten wird uns finden und uns aufessen. Ich kenne Thorsten doch. Ich kenne... Er hat mich schon mal aufgegessen. Ich höre Thorsten. Das hat was zu bedeuten. Dammit. Was muss ich machen? Hallo? Ist Thorsten weg? Oh, ne. Aha. Hallo? Haben Sie auch das Monster gesehen? Es kam aus diesem Raum. Ich habe es gesehen. Oh, ich gehe hier mal wieder weg. Oder hier. Oh, ein Schlüssel. Hallo? Ich habe es gesehen. Kann ich das hier mit öffnen? Ne, dann holen wir hier ab. Das ist mir zu doof. Auf Wiedersehen. Dammit. Ich muss, glaube ich, den rauben. Wie ist mir draußen. Bevor wir diesen langen Gang hinunter ins Verderben gehen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.